Und hier ist übel die Schlucht, Alter. Geil. Ahoy Freunde da Böckchen, ich begrüße euch zu einer neuen Folge Minecraft Eclipse 2. Zusammen mit meinem ersten Gast, dem Dominik. Guten Tag, guten Tag, guten Tag. Bei YouTube heißt er, nette Bursche, auch aus den XP-Gamer und so, nö, nö. So, herzlich willkommen bei Eclipse 2. Dankeschön, dass ich dabei stand darf. Ja, biete, biete. Ja, wie man sieht, es ist halt nur einer. Der andere hat sich leider nicht gemeldet. Ich hoffe, der meldet sich noch. Ansonsten wird jemand anders ausgesucht. Da könnt ihr noch unter die Kommentare nochmal schreiben. Okay, ich kann zwar noch in die ganzen alten Kommentare durchgehen und gucken, wer hat sich jetzt beworben, wer nicht. Bei den anderen ist jetzt auch klar, wer genommen wurde. Kommt aber wieder drauf an, wer sich da meldet und wer nicht. Und jo, dann gucken wir mal. So, jo. Jo, geil. Ah ja, der Domi nimmt auch auf. Ich verlinke ihn dann unten in meiner Beschreibung. Da könnt ihr mal auf seiner Sicht auch schauen. So wie bei den anderen natürlich. Alles in der Beschreibung. Genau, bei mir sind auch alle richtigen Let's Player in der Videobeschreibung verlinkt. Das ist auch natürlich auch der Leutari. Jo, jo, jo. Ja gut, ich weiß jetzt nicht, da hinten ist ein Workbench. Das ist ein bisschen irritierend. Ich habe jetzt keine Ahnung, ob da jemand bauen will oder nicht. Weiß es auch nicht. Kann ich hier ein paar Bäume abfüllen oder welche? Was darf ich denn hier? Ja, du hier kannst du schon ein paar Bäume. Du kannst ja auch Platz machen, wenn du ein Haus bauen willst. Oder du kannst bei mir einziehen. Mir ist das egal. Ich glaube, ich ziehe bei dir ein. Ja, ja, okay, ich mache mein Haus eh groß genug von dem her. Genau, ich muss schon ein bisschen Holz abfällen, damit ich mir ein bisschen Equip machen kann. Ja, eben in der gestrigen Folge habe ich ja erklärt, den Keller, das Erdgeschoss, dann gibt es noch ein Obergeschoss. Und je nachdem, wie das Dach ausfällt, gibt es eben ein Dachgeschoss. Da muss ich aber dann auch noch Clay sammeln. Ja, ja. Gut. Gut. Was? Fichtenholz? Labernit. Aber keine Setzlinge. Alter. Ich brauche... Dein Nachbar. Warte mal, 19. Wer ist dein Nachbar? 19, 19, 19. Ah, der hat die Cordis für mich aufgeschrieben. Ach, geil. Ja, ja, der hat die Cordis für dich aufgeschrieben. Ach so, ich wollte gerade sagen, hä, die Cordis? Ja, dann ist es... Oh, der Vlogs. Oh, danke, iVlogs. Vielen herzlichen Dank. Das ist ja geil. Okay, das ist dann bei Dings. Hast du gerade Bock? Okay, du hast keine Rüstung, ja? Ich habe keine Rüstung, aber ich kann mich in eine Farme gehen, wenn du willst. Dann können wir da tingle. Ja, Dings, hier vorne ist auch ein Weg runter zur Höhle. Pass bitte auf. Okay, ich gehe da mal ganz schön hin. Ja, Dings, wenn du kurz Stuff haben willst, hier vorne sind noch Kisten, da kann man sich zum Anfang noch ein kleines bisschen bedienen, halt aber wieder ungefähr nachlegen. Jetzt ist es halt noch für den Anfang. Mach dir ein Schwert oder so, am besten, damit du dich verteidigen kannst. Darf ich ein Dingschwert machen, oder? Ja, mach. Dias gibt es genug. Also in Hexit ist ja Dias, gibt es ja schon an der Oberfläche sogar. Das ist jetzt nicht... Ach, dann ist es doch der Dings, der Alex, wo er oben baut. Dann macht er sich eine Terrasse, cool. Ich glaube, was ich für ein Schwert habe. Ah, hast ein Big Dias Wort gemacht. Ja. Weißt du, es kommt nicht auf die Größe drauf an, es kommt auf die Technik drauf an. Ja, ja. Wollen wir es direkt mal ausfechten? Ja, wie, ah, ausfechten, alles klar. Nimm dir noch, hier ist auch noch Essen drin und so, nehmt dir einen halben Stack Brot mit am besten für unterwegs. Ja, das wäre perfekt. Dann kannst du eben da unten ein bisschen Farmen gehen, Stuff für dich, für eine Rüstung. Jo. Und dann können wir uns ja gleich auf den Weg machen, Fichtenholz holen, das wäre richtig geil. Ähm, warte, stimmt, jetzt, bevor ich wieder ganz abhaue, ich gucke mal, ob wir noch Koppel haben. Führer Dings, ähm, die Wände machen. Ah, Sand brauche ich dann auch noch, ne? Gönnen wir mal hier das Koppel. Ja, ich bin eigentlich eh gut equippt. Mit dem Dias Schwert, das reicht. Echt? Das reicht für mich. Ist das so gut. Das ist übel OP, das hat, warte, das hat. Ah, man kann nicht schauen, wie viel Attack Damage das macht. Ja, ich glaube, das muss man einstellen. Aber es macht auf jeden Fall mehr als ein normales Dias Schwert. Okay. Ich brauche Sand. Ich muss Sand fahren gehen. Kann ich so dreist sein hier das Sand einfach wegnehmen? Dann müsste ich das mit Erde auffüllen, oder? Ja, kann ich schnell machen, warte, ich hole mal kurz Erde. Ah, ist da denn Kisten Erde noch drin? Ich schaue mal, ob da Erde drin ist. Mal gucken. Ja, dann lasse ich es halt eben so als kleine Kucht. Ähm, nee. Keine Erde, gell? Ja, dann nehme ich nur ein bisschen Sand weg, ich will nicht, das sieht so hässlich aus. Oder danach halt noch ein bisschen weiter weggehen und dann Sand buddeln. Das soll ja hier eine schöne Stadt werden, weißt du? Schöne Stadt hier, ja. Ein Flux ist auch da. Ah, hoi. Hi. Kommen sie jetzt auch schon alle, ja, ja. Kann er das überhaupt schon lösen? Äh. Lifty Game. Was? Aber er wollte nur wissen, wer alle da ist. Ah, ich wollte mich grad bedanken, also wenn das war. Also er ist eigentlich im Prinzip ein einziger Arten. Ähm. Ein Säger Nachbar, jo. Ich würde sagen, wir können dort eigentlich hingehen, oder? Ja, ich wusste grad, ich wusste mich grad räuspern, meine Stimme war wieder am Verrecken. Ähm, ja, ich bin immer noch mords angeschlagen. Okay, es wird Nacht, ich würde eher sagen, wir gehen ins Nashed. Ja, können wir auch machen. Äh, da hinten sind mehrere Betten, da können wir grad zusammen hingehen, da können wir ja kuscheln oder so. Ja, kuscheln. Ja, mag ich. Oh, jo. Okay, hier ist auch eine Workbench, ich glaube hier will wahrscheinlich auch noch... Was ist das für ein Borm, Alter? Äh, das ist Zypresse, glaube ich, oder Eukalyptus. Nee, ist Eukalyptus, oder? Nee, ist Eukalyptus, oder? Weiß es nicht genau. Wer, wer baut da oben? Äh, da baut der Yogi, da hat die Terrasse, das ist der Alex, der Turm da hinten, das ist der Eiflox, da macht so einen Hexenturm. Okay. Und ich baue mir halt eben so ein stilistisches Haus. Okay, wird es schon... Ja, es wird schon dunkel. Müsste hinhauen, wenn der Zeit hat. Achso, ja genau, hier hinten sind ja Betten, genau, genau. Ach, du könnt auch die Säger Nachbar noch nicht. Noch nicht? Na, eigentlich könnten wir schon. Nee. Weiß ich nicht. Was machen wir dann? Aber wir sollten eigentlich schon schlafen gehen können. Also, so langsam müssten wir, ja. Ja. Geht's? Ja. Oh ja, Tatsache, da komme ich mehr drauf. Perfekt. Dann gute Nacht, Lotari, ne? Gute Nacht. Guten Morgen. Guten Morgen. Oh, warte, ich habe voll die Verspannung ohne Witz. Ich habe ober schlecht geschlafen. Gut, um das Feld kümmere ich mich nachher, wenn wir da sind. Wir haben ja gerade noch genug Brot. Ja gut, das war dann... Oh Gott. Dann lassen wir direkt zu den Fichten vor mir gehen, oder? Ja, im Moment, da muss ich mein Inventar noch kurz leeren. Okay. Warte, ich habe ja noch eine Kiste. Soll ich das gerade dran? Mal klatschen, ja, ich klatsche es einfach dran. So, zack, zack, zack. Zack, zack. Boot, ja. Zack, 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 zack. Ah, ich habe ja noch Dings. Nice. Zack. Okay, brauche ich nicht, brauche ich nicht, brauche ich nicht. Alles andere brauche ich. Ja gut. Ja, warte mal. Nee, Arz hatte ich jetzt nicht. Zwei Iron Ohr, wow. Hast du eh die Zeit im Orger? Ja. Okay, alles gut. Gut, das war jetzt. Okay, wir müssen uns merken, wir sind hier bei 13.000, also minus 1300 mein ich, und 150. Kannst du das dir merken? Oder warte mal, ich schreib das jetzt. 13.000, ja. Ah, nee, ich habe sogar im Chat drin stehen, sogar noch. Im Chat drin. Ja, ja, ich habe so im Chat, ich denke, wir müssen im Chat. Wie gut, dann sollten wir das. 19, das ist dann in die Richtung auf jeden Fall. Und 200 ist dann, ja, okay, wir müssen. Und, warte was, nach Südwesten müssen wir im Prinzip. Ja. Okay, gut. Dann lassen wir jetzt ab. Gehen wir jetzt auf Abenteuerreiche, jojo. Ja. Wir sind die Welt entdecken. Ah ja, das gönne ich mir auch noch grad hier. Ich bin zwar Platz weg, aber. Okay, genau. Ah, ich sagte das mit dem Doppel-W, ey, gell. Naja, das ist ein bisschen belastend, weil ich habe das immer auf F, habe ich das eigentlich immer. Okay. Habe ich Sprinten. Ja, das gibt's halt, es gibt nur Sneaken. Ja, leider. Äh, wir müssen hier quer durch den Sumpf. Ah ne, jetzt müssen wir so lang, genau. Ups. Und der, was war das, die Z-Koordinate, sind wir schon richtig? Ja, sind wir für ein Z-Koordinate, sind wir, ja, sind wir auch richtig. Wir sind dann nur noch die X-Koordinate. Mhm. Was? Der fliegt, ah, okay. War grad ein bisschen, ups. War grad ein bisschen irritierend, weil da Schnee geflogen ist. Gucken, was wir sind. Ach man, ey, echt, dieser Morast, ohne Witz. Ja, das ist echt ein bisschen belastend hier. Belastend. Das ist so gut. Richtig belastend. Ey, sind Häuser, Alter, was sind das? Ich kenn mich mit Hexid gar nicht so gut aus, ne? Ja, ich hab's mal privat gezockt. Oh, die sind gut. Kann man behalten. Ja, das wird ein Dorf sein. Ah, das ist ein Dorf, ja. Da ist ein Schmiede. Warte, schauen wir mal da rein, oder? Ja, mal gucken, ob die schon geplündert wurde, genau. Ah, da sind noch ganz viele Dings. Ich, äh, während du da guckst im Dorf. Sag mich schnell die Gusal ein. Genau, wenn wir das mal brauchen. Ich bin eigentlich schon hinten dran. Ah, weißt du, diese, dieses... Dings, da bin ich auch mega angetan von. Ich glaub, das benutze ich für meinen Keller. Diese Mosi-Stones. Hier wird schon geplündert. Oh, schau. Ja, ja. Okay, ähm... Warte kurz, wir können ja trotzdem bei den Turm reingehen. Vielleicht haben die ja irgendeinen Crap in den Kisten gelassen, oder so, wo man auch noch trotzdem gebrauchen kann. Ja, können wir mal machen. Also hier ist nichts mehr im Haus. Der Turm ist aber... Ich glaub, der Turm wurde noch nicht geplündert, ne? Weil sonst würde der einstürzen. Weil wenn man ganz oben ist, um den Boss besiegt hat, stürzt der Turm ein. Echt, okay, da ist ein eingestürzter Turm. Weiß nicht, ich bin halt voll schlecht equipped. Okay, nee. Nee, nee, geh weg, geh weg, geh weg, geh weg. Ja, okay, ich seh's. Das lass ich lieber noch, weil ich hab noch keine Rüstung. Äh, warte, jetzt müssen wir... Ja, genau, wir müssen in die Richtung, gell? Okay. Ja. Nee, falsch. Ich hab grad, ich hab falsch... Okay, wie war ich denn da aus? Weiß nicht, wir können ja die Öfen mitnehmen eigentlich. Ja, die Öfen, ja, können wir eigentlich mitnehmen. Das spart ja. Das ist gezahlt, der ist nämlich auch noch mit hier. Ja, falls du ein Schokobo haben willst, äh, die Kiste. Nimm ich auch mit. Da war jetzt Bullshit drin, aber egal. Kann man gebrauchen. Stimmt, ich muss mir noch eine Angel machen. Und ich will hier auch Dings, äh, Achievements sammeln, weißt du? Okay, da geht's weiter. Geh mal in der Schlucht vorbei. Was ist denn, ist das, äh... Wie heißen das? Das ist so ein Eisberg oder sowas. Und hier ist mal übel. Das übel die Schlucht, alter, geil. Marmor, genau, das weiß es doch, Marmor. Ja, das weiß es, Marmor, ja, ja. Ja, weiß nicht, ob ich das Haus sogar aus Marmor bauen will oder nicht. Aber ich mach's jetzt einfach aus Saupel. Da ist es ewig, ne? Ja, nice, das war ja gar nicht so weit weg. Ja, ja, das war gar nicht weit weg. Boah, da gönne ich mir jetzt, ich brauch unbedingt Sätzen. Gönne den mal. Ich schau mal in das Haus, da rein. Ey, du kannst auch Bäume auf einmal abbauen, ne? Ah, ja, stimmt, ja, da ist ja der Timbermord drin, oder hast. Richtig nice. Hier sind solch typische Regale mit, nehmt ihr nicht mal mit. Hörst du mich? Ja, ey, warte mal kurz. Hä, was ist denn das hier? Wispa-Verlauf. Hä? LOL. Der Phlox hat mir eine Sprachnachricht im TS geschickt. Oh, okay. LOL. Das war jetzt echt gruselig, oder witzig? Ich dachte, der ist hier reingejoint, aber das war ja nicht der Fall. Hä? Oh, das war jetzt echt gruselig, wie viel das jetzt den gehabt habe ich. Ich bin so gütig und tue trotzdem mal ein paar Nachsätzen. Also, die setz dich nach, die ich abgebaut habe. Oder ist ein Enderman? Äh, ey, wo bist du schon wieder? Ich hab dich verloren. Ich bin eh bei dir. Ich bin grad den Enderman. Ach, da hinten. Ey, da ist ja auch noch ein Haus. Lass das auch mal abchecken. Sau nice. Mann, Enderman, komm her jetzt. Wisst dich nicht von mir. Was gibt's denn hier feines Workbench? Ja, nicht so interessant, okay. Mach heute die Tür zu. Stimmt, ich wollte noch Sand. Sand für die Fenster. Gönne ich mir mal hier ein bisschen. Aber nur so, dass es nicht dumm aussieht. Ich hasse nämlich so. Ja, leg dich halt bitte mal an, natürlich. Ich weiß, wo ist er hin? Wo ist er hin? Ja, hast du nicht erwischt, ist er abgehauen. Ja, ich hab jetzt nicht gesehen, wo er sich interpretiert hat. Ich, grad so eine Sache, ich hasse zergrifte Gegenden, ohne Witz. Weil es hier halt leider keine Farmwelt gibt, muss man halt eben schon schont mit der Umwelt umgehen und so. So. Ach, das ist ein riesen Eisberg oder was? Alle, das ist ein Eisbär. Geil. Ein Eisbär. Ja. Willst du es denn angreifen? Bist du dir sicher? Was droppt mit der? Keine Ahnung. Das war ich zu langsam. Erfahrung. Erfahrung halt nur, ja, sonst nichts. Okay, da geht es runter in der Höhle, sieht ein bisschen gefährlich aus. Oh, düster. Das ist hell, okay. Einmal ist das, das ist eine Kathedrale oder was ist das da vorne? Ja, das ist eine Kathedrale und die ist voll mit Mobs. Ich glaube, beim Jogi nur in irgendeiner Folge. Hat er da mal reingespickt und, oh nee, Direkt gestorben, oder? Ich weiß es, nee, der ist in einem Turm gestorben und hat seinen ganzen Stuff, aber der Turm war Richtung Norden, wo er war. Okay. Soweit ich weiß. Und jo, ich weiß halt nicht, äh, ich hab halt, okay, mir fehlt eine Brust. Hab ich überhaupt Fackeln? Ja, natürlich, ich hab keine Fackeln. Wir könnten mal in die Schluchter reingehen dort unten. Ja, ich hab halt keine Fackeln, das ist das Problem, da können wir nicht ausleuchten. So. Außer wir finden früh genug, und ich hab keine richtige Spitzhacke, wir müssen nochmal kurz zur Base zurück. Ich hab nur eine Steinspitzhacke, stimmt. Mhm, Eisenspitzhacke machen ein paar Stück und da können wir kurz auf Farming-Tour gehen. Ja, genau. Da können wir ja wieder hierher kommen und da in die Höhle reingehen, die wird ja noch ziemlich frisch sein. Ja, oder die Schlucht, weil da ist noch gar nichts abgebaut, hab ich gesehen. Oder so, ja. Jetzt wissen wir ja ungefähr, welche Richtung wir müssen. Ja, genau. Ich hab auch ein paar Fichtensatzlinge, wo ich jetzt bei mir die Fichten ziehen kann für das Holz. Und nochmal Dankeschön an Phlox. Wenn ich mich jetzt nicht irre. Okay, da geht's auch wieder in die Höhle. Äh, so. So, alles gut? Ja, alles gut, alles gut. Haha, wenn du da hinten stehen geblieben bist. So, ich hab auch beim Yogi in der Aufnahme, hab ich gesehen, da gibt's so coole Pflanzen, die droppen so Kristalle. Echt? Ja, 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 das sind so Blumen, die sind voll spitz, also so zackig, so spitz, auch blau. Und die droppen dann so. Äh, Alter, das ist alles voll mit Ficht, ich hab hier, lol. Nein, oh! Oh, ich auch. Ja, ja. Oh, Mann. Alter, ich nehm hier mal kurz kurz. Hä, hörst du das? Ja, ja, schon. Weiß nicht, ich krieg Angst, ich will weg. Ja, ja. Also, das ist mir grad irgendwie gruselig. Ich boah hier mal noch kurz die Kohle ab. Ja, ich helfe dir kurz. Okay, die anderen hab ich ein. Ja, okay, ich hab die Magnet-Dings, deswegen sammle ich da. Ja, was ist denn das? Wer klopft denn da? Klopf, klopf. Loll. Was ist? Ja, Dings, äh. Warte mal kurz. Ach, Mensch. Der Vlogster schickt mir die ganze Zeit Sprachnachrichten. Ich muss ja irgendwie so'n Pfad finden, dass ich nicht die ganze Zeit ins Wasser falle. Ach ja, wir müssen hier zurück, oder? Ja, ja, wir müssen erst mal. Ja, lass mal hier, äh, zu dem Weg hier wieder, zu dem Turm da. Also nicht reingehen, sondern einfach nur vorbeigehen. Nee, warte mal, wir laufen total falsch rum. Echt? Weißer. Nee, nee, ich glaub, wir müssen eh hier, weil wir sind hier über das ganze... Nee, die Minuszahl, die steigert sich, die muss ja sinken. Wir müssen hier lang. Wir müssen auf 1300, wir laufen jetzt grad aufwärts. LOL! Aber wann? Und vor der Zeit her, ich würd' sagen, das passt eigentlich schon wieder fast vor der Folge, nämlich das wär jetzt echt nur noch Gelatsche. Ja. Oder? Ich weiß nicht, wenn das jetzt Nacht wird, dann wird's eh wieder spannend. Eigentlich schon, ja. Wo bist'n du jetzt? Ach, da hinten, ne? Hier, hier. Ja, hier, hier, hier müssen wir lang, glaub ich. Ja, müssen wir. Äh... Oh, ups. Also von der Z-Koordinate stimmt's so halbwegs, jetzt müssen wir hier lang. Jetzt müssen wir aufpassen. Ah, okay, ich seh's schon. Ich seh schon, wo wir hin müssen. Ja, nice. Juh, da haben wir so festgeschifft. Juh, juh. Ah! Schnell! Gott! Nein! Ja, meine Jobrun-Skills sind noch grad nicht besten. Das ist auch echt mega eklig. Ohne Witz. Ja, jetzt müssen wir hinter... Ja, ja, wir müssen hinter... Äh, wir müssen hier durch und dann sind wir da. Okay. Passt das eigentlich schon. Ja, ja, jetzt wird es Nacht. Ich glaub, ich rüste meine Waffe aus. Ja, komm, wir gehen jetzt noch ins Bett und dann ist die Folge vorbei. Das passt dann. Genau, genau. Mach mal so. Mach mal so. Ja, ja. Ist das wirklich richtig? Ja, ja, wir sind richtig. Keine Sorge. Okay, okay. Ich hab mich schon einmal verlaufen. Das passt. Ich hab mich schon einmal verlaufen. Mit der Zeit, auch hier kann man sich orientieren. Ja, guck, da ist Flock-Sexenturm. Das ist ein Zombie. Oh, pass auf, nicht, dass es ein Boss ist oder so. Nee, nee, ist kein Boss. Da wird ein Partikel kommen. Nee, die hab ich bei mir, glaub ich, ganz runtergestellt oder so. Ach so, okay. Deswegen seh ich das. Ich seh das erst am nahen. Ah, hier muss man auch noch ausleuchten, hin am Friedhof. Oh, schnell ins Bett. Will ich sterben. Guck, wer schnell... Oh, müsste ich kann eh gleich nicht mehr rennen. Ja, perfekt. Aha, ich bin trotzdem erst. Okay, du bist trotzdem erst, ja. Ja, leider. Ich muss jetzt kurz ersetzen. Ja. Ja, gut, da würde ich sagen, Dankeschön fürs Zuschauen. Schaut beim Dombe vorbei und schaut bei den anderen vorbei. Ist alles in der Beschreibung drin. Oh ja, dann sehen wir uns morgen. Tschüss. Ciao. Tschüss. 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 Bis zum nächsten Mal.